Der Wind wird mehr. Der Wind wird mehr. Ist es gut? Ja, momentan denke ich mal so 10,15. Es ist Samstag. Alberta Nova. Ich bin die 3,8 Kilometer wieder herklatscht. Mit Gepäck. Könnte ein cooler Tag werden. Mal schauen. Könnte relativ blank fliegen, weil es zieht die Bewölkung auf und es macht ein bisschen zu. Das heißt, dass die Windspitzen wohl wegbleiben, dass es nicht so böse wird und dass man ganz geschmeidig hin und her schuppern kann. Ein cooler Tag. Genau. Dann gewartet sie noch ein bisschen. Genau. Für morgen. Morgen haben wir morgen vorgenommen, den Vorwärtsstart wieder zu reaktivieren. Mal mit dem Soloshirm wieder. Also bei wenig oder Null Wind mal vorwärts zu starten. Das habe ich jetzt natürlich mit diesem vielen Wind, das wir halt nur noch rückwärts aufziehen. Sollte ich machen. Ich bin dann tandemmäßig fresh im Schritt drin, dass alles super läuft. Okay, ich warte noch ein bisschen. Vielleicht pack ich noch ein bisschen im Schirm rum. Wird ein geiler Tag. 1140. 1640. Musik 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 Vielen Dank.